Hallo und willkommen in meiner Grammatikstunde. Heute werden wir über die Fragen und Verneinung von there is und there are sprechen. Is there? Are there? There isn't. There aren't. Also heute werden wir häufig die folgenden Wörter verwenden. Is there? Are there? There isn't? Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com